Da sind Stücke was aus Friesen, die auch immer so an den Stammtisch treffen in der Kneipe. Treffen sich auch wie alle und da kommt der Truck rein und da kommt der Truck in den Urlaub und da sagen die drei, die zuletzt kommen sind. Aber die will auch am Monat in den Urlaub fahren. Wo will die denn herfahren, sagen die anderen. Hei, du sagst, hei der für ein Ziel. Ja, das ist wie vorne in der Wüste, sagt ein von den drei. Nei, sagst du, um Gottes willen, was wir in der Wüste, sagst du die anderen. Da ist er, nu will ich nicht los, da kann man doch kein Urlaub machen. Natürlich kann man das, sagte ein von den drei. Wie vorne noch um jeden von hen. Da ist auch los, maunlos. Na drei, wer kommt der weg? Hallo, groß hallo an den Stammtisch und abends und die anderen laden lächeln. Na, wo wieder in die Wüste mit Urlaub machen? Ach, sagt er, ich fand den drei nicht schlecht. Wir haben uns ganz schön amusiert. Sie habt ja amusiert, was hätte ich denn gemacht? Wieso hätte ich da Urlaub machen können, wo geht das? Ja, sagen sie, wir hätten Brühe gebaut. Was hätte ich denn? Was hätte ich denn, die anderen? Ganz nervosiert? Was hätte ich Brühe gebaut in die Wüste? Da, wo überhaupt kein Walter ist und noch nie Walter hängt, da gebaut sie ein Brühe. Was uns schreit? Ja, denn wir mussten jeweils zu tun haben, anders ist es wieder toll lang gewesen worden. So, sagten die anderen Kollegen. Wenn ihr aus Freunden bleiben wollt, dann fahrt ihr spontan wieder in die Wüste. Und dann brengt ihr die Brüder an. Denn wenn da irgendwer um diese Welt geboren wird, dann je in die Wüste ein Brüderbaut, der passt aus Freisen, dann dürft wir uns nahens mehr seinlaut. Also, Herrn Brüderbaut. Okay, seien die Dreh, wenn ihr das in Ordnung meint, dann fahrt ihr Maunach, wir Herrn. Seien Maunach, wir los und den Freitag, wir ganz um die Dauer. Ja, wir grunnen, hallo, in Abstantisch. Und nein, Bovellert, hei, wir brüder Abrauch. Nein, sagt Einpannig Dreh, wir können wir nicht. Wir können wir nicht. Wollen wir bitte Brüderbaut, um alles in der Welt. Dann legt ihr eigen, sagt sie, als wir da in die Wüste kam. Da seid ihr noch zwei Tage, noch was Brüderbaut, die wurden noch Engel, die wurden wieder in die Region. Und da? Das war ein Rechte, das ist nicht. Bis zum nächsten Mal.